So, wenn ihr dann mal irgendwann alle da seid, dann könnten wir eigentlich den Scheiß jetzt angreifen. Was soll der Blödsinn? Ich speichere aber nochmal vorher ab. Okay, und jetzt holt euch das Ding. Wehe, einer bleibt stehen. Also wenn Gold irgendwas bringen soll, um Diamanten, dann will ich jetzt was sehen. Und er hat doch hier nur einen kleinen Block stehen. Von daher Attacke. Oh, oh. Oh, oh. Was hätten wir? Was passiert jetzt? Haha. Oh, oh. Wer zurückziehen nach dem Eroberen vom ersten Schlaugewesen? Was habe ich denn noch? Über 50 Bodenschützen, auf jeden Fall. Und er flüchtet. Sehe ich das richtig? Er flüchtet. Nee, 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 hier rüber, bitte. Und jetzt gehen wir, hä? Komm, jetzt gehen wir mal auf mein Land zurück. Soll er sich doch hier an der Burg aufreiben, so viel er will. Denn jetzt haben wir schon einiges verloren. Das ist noch einer von mir. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Und er greift jetzt die Burg an, oder wie? Mein guter Puffer, man. Diese Mine fördert nicht mehr. Was? Sowas gibt es hier auch? Das ist mir ja ganz neu. Check mal ab hier. So, gehen wir mal die Nachrichten durch. Okay. Irgendwann wird gekämpft, aber nicht mit mir. Ha, der ist ja fast mit mir verbündet, der Asiate, so wie der spielt. Krass. Oh, dann ergreift das Ding an und dann rennt er wieder weg. Jetzt habe ich halt nicht mehr genug. Produziere jetzt hoffentlich bald, 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 bald. Mehr Mana. Das dauert noch ein bisschen. Also, Kohleprobleme habt ihr keine mehr. Eisen war es. Da kommt nur Fisch hin. Ich wollte wissen, ob ich hier... Wie sieht denn der aus, der Metzger? Bzw. ich würde das ja sehen. Schlachterei habe ich abgerissen. Nee, habe ich nicht. Okay. Keine Bäume mehr, auch okay. Dann du halt wieder hier. Wenn ich... Tja, aber das kriege ich ja platztechnisch auch schon nirgendwo unter. Hier halt. Aber da habe ich andere Pläne. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen dringend Eisen. Hier wäre Eisen und... Scheiße, ey. Hier wäre Eisen. Hat vorhin schon nicht funktioniert, ne? Und abreißen bringt nichts. Ich habe hier kein Holz mehr. Oh. Kacke. Was ist passiert? Mein Puffer ist dahin, hm? Mein Puffer ist dahin. So, ich habe gedacht, ich könnte jetzt in Massen rekrutieren, aber... Ich sollte mal auf jeden Fall ein Folgendes einstellen. Ist nichts mit Fleisch. Deshalb machen wir... Wenn ich die Taste finde... Hier. Äh, nee. Blödsinn. So. Eisenmine kriegt am meisten Fisch. Dann. Können wir noch Fischer bauen, vielleicht? Nicht wirklich, ja? Da rein. Aber das wäre... Nicht zielführend. So. Und ihr... Produziert er hier... Könntet ihr vielleicht... Nee, könntet ihr auch keine Schweinesucht. Ist einfach alles nicht. Hab ich... Ist die Brauerei? Du wirst fertig? Okay. Oh, nee. Und ihr fahrt hier schon wieder beide? Ziel wechseln. Truppen zusammenziehen. Wo wird er wohl am ehesten angreifen? Hier, ne? Und er zieht Truppen nach. Ich muss nicht so... Aber es sind jetzt zwei Burgen, die er hat. Das sind jetzt halt zwei Burgen, die er hat. Geht mal hier dahin. Geht mal hier dahin. Und du fährst hier hin und ihr bringt konstant Wasser da rüber. Das war der Plan. Nur dafür habe ich dich gebaut. Oh, oh. Okay. Der Turm hat... Die Burg hat eine riesen Reichweite. Offensiv fast 90%. Jetzt kommt. Es kommen noch ein paar wenige Waffen. Es muss doch jetzt einfach mal... Auf jeden Fall muss ich auch mal Eisenmieden bauen. Was haben wir hier? Eine Goldmine. Schafft den Fisch ran jetzt. Bringt mir gar nichts, meine olle Kampfkraft. Wenn... Vor allem, wenn ich auch endlich auf Tier 3 kommen würde. Und ihr habt hier auch ein bisschen wenig Siedler, ne? Auf jeden Fall. Du hast schon Getreide. Du produzierst jetzt. Du wirst sogar fertig. Also ihr produziert hier jetzt auch Mana. Da fehlt ein Stein. Der ist aber auch da. Also das, was ich hier gesetzt habe, das wird erstmal fertig. Dann hätte ich hier gerne... Noch einen Bauernhof. Ich hätte hier gerne noch eine Pfingst. Machen wir hier hin. Und ich hätte hier gerne noch eine Brauerei. Machen wir hier hin. Mühle bringt nichts. Schweinezucht... Ja, komm. Lass, das ist dann hier fertig. Punkt. So, ab und zu kommen noch ein paar Ritter. Jetzt wäre halt auch cool... Ah, ne. Ich brauche meine Mana für die Updates. Und ihr könnt hier schon mal nochmal 16 Steine hochkarren. Das brauche ich auf jeden Fall. Und das mit dem Brot ist ja echt ein schlechter Witz. So, jetzt habe ich hier sogar... Ey, wisst ihr was? Dann bringt doch Brot auch zum Eisen. Wo ist es? Komm. Dann bringt doch Brot auch ein bisschen zum Eisen. So, los jetzt. Wenn es eh schon da rumliegt... Dann nehmen wir den Kohlemin den Fisch weg. Habe ich das nicht getan? Doch. Doch, doch, doch. Ihr bringt das Brot jetzt... Ja. Da oben wird angefangen zu transportieren. Gut. Egal, ob effektiv oder nicht effektiv. Hauptsache es tut sich was. Ich würde euch hier gerne noch irgendwo ein kleines Wohnhaus spendieren. Das könnte man ja auch nunfalls wieder abreißen. Okay, hier ist Alkohol. Das ist sofort effektiver wie das Ding. Hier ist aber auch Alkohol. Dann los. Hier holt auch nochmal ein bisschen Wasser. Ist in Ordnung. Los, los. Ich könnte hier auch mal eine Waffenschmiede bauen. Ganz frech. Komm, das machen wir mal. Und dann mal hier das ganze Eisen und die Kohle, was hier also rumfährt. Mal auch noch ein bisschen umwandeln. Gibt auch nochmal ein paar Ritter. Mein Gott, das mit der Manna. Das zieht sich ja ewig. So. Magst du nicht da mal hier noch den Stein hinbringen? Achso, die müssen den wahrscheinlich erstmal wegarbeiten. Wir brauchen hier noch eine Sense. Die müsste aber auch irgendwo rumliegen. Könnt ihr auch mal gerade mal mitnehmen. So. Angriffsstärke. 90. 72%. Komm, Manna. Da muss jetzt was gehen. Ihr habt so geiles Bier. Schmeckt richtig gut. Sprecht aus Erfahrung. Ich kenne mich da aus. Und was mache ich hier? Oh, hier liegt ja sogar noch Eisen rum. Den verändern. Wirkt alles nicht. Aha. Da steht ein Stopp drin. Ich hab's entdeckt. So. Los. Packt euer Zeug rüber jetzt. Cool. Fehler gefunden. War gar kein Bug. Mal sowas. Wenn man vor lauter Bugs den Wald nicht mehr sieht. Oder so ähnlich. Ah. Ja. Krieg ich jetzt wieder Waffen. Wenn ihr das hier gebaut habt, könnt ihr eigentlich auch schon wieder das nächste große Wohnhaus angehen. Oh, ein Hammer. Oh, ein Hammer. Hast du Material? Kannst du arbeiten? Ja. Kannst du. Oh, das ist hier gerade schon wieder die Ruhe vor dem Sturm. Aber ich erhole mich nicht so wirklich, ne? 18 Schwertkämpfer. Wo sind auch welche? Trotzdem. Ich hätte jetzt gern wenigstens hier drei Schwertkämpfer. Und ihr hier, ihr kommt ja auch gar nicht zur Potte. Jetzt bot ihr den Bauernhof als erstes. Wie. Toll. Mann. Zehn Steine. Fünf. Drei. Was tue ich? So recht habe ich gerade keinen Plan. Ganz ehrlich. Ach so, ihr habt keinen Hammer. Deswegen holt ihr keine Ressourcen für den. Das ist wie ein Siedler. Vier. Oh Mann, ey. Wird hier jetzt provoziert. Provoziert. Die Eisenmine hat immer noch keine Nahrung. Warum nicht? Die Eisenmine. 50-50. Okay. Da müssten die jetzt eigentlich sogar besser laufen wie die Kohlemin. Die Eisenmine hat immer noch keine Nahrung. So. Eigentlich. Eigentlich, eigentlich, eigentlich brauche ich Bäcker. Also sag mir, wo geht hier noch ein Bäcker hin? Ja. Toll, ey. Tolle Wurst. Du wirst fertig. Boah, Steine. Next. Ich produziere gar keine Steine mehr, ne? Aber auf der großen Insel schon. So. Der Hammer kam an, du. Ihr produziert. Ja. Das ist genau. Das baut ja erstmal die ganzen Eisenblöcke hier weg. Und jetzt gibt es hier drei Schwertkämpfer. Und da kommt schon der erste. Sehr gut. Hat sich das hier schon mal ausgezahlt? Ging jetzt doch deutlich schneller. Ich hätte aber gern noch viel, viel mehr. Dann grabt der Himmel hier noch ein Tempel hin. Und hier vielleicht noch ein bisschen Defense. Ja, vielleicht. So. Eigentlich wollte ich kämpfen. Jetzt habe ich mich ewig nur noch um... Das ist doch scheiße hier. Wenn ich... Mal für eine... Ich habe eine Idee. Ich stoppe mal... Die Mühlen. Und sag jetzt, bringt das Getreide runter. Das ändern wir jetzt hier. Bis das aufgebraucht ist. Ich glaube, das macht Sinn. Du bist stoppt, du bist stoppt. Ja, das macht Sinn. Jetzt wird jetzt hier Waffen produziert. Ja, die Waffenspiele sieht jetzt schon wieder deutlich besser aus. Und deshalb kommen hier auch Waffen an. Okay, zwei Steine, die haben wir. Drei Steine, die haben wir aber auch. Die vier scheinen auch da zu sein. Da wird es auch hier alles fertig werden. Und geht das Mana technisch weiter, ja. Krass, was so ein... Ein gottiges Wasserwerk da an Wasser ausspuckt. Ist schon krass. So, da kam die erste Getreidelieferung. Und das brauchen wir natürlich viel, viel dringender hier. Habe ich eigentlich noch genug Siedler? Ja, stehen ein paar rum. Also alles gut. Stein habe ich noch 91. Okay. Es liegen hier aber auch überall Steine rum. Und ich könnte hier noch zwei Felder beackern. Okay. Aber viel cooler wäre, den hier anzugreifen. Auf was warte ich eigentlich? Echt nur drei? 51 Bogenschützen. 40 Schwertkämpfer. 60 Bogenschützen. 93 Bogenschützen. Es wird jetzt 10. Da hinten raus. Ihr habt zu tun. Ihr habt gegraben. Cool wäre halt die Brauerei, ne? Wenn ihr die mal bauen würdet. Aber ihr macht jetzt erste Things. Auch in Ordnung. Geht da vielleicht noch eine Brauerei hin? Bäckerei. Boah, geil. Dann mach doch noch eine. Vielleicht bringt's was. Am Wasser scheitert's nicht, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Steine. Passt sogar genau. Na. So, und ich bin gewillt zu sagen. Jetzt wäre wieder so ein Punkt, wo ich Bock hätte. Hä? Ne, noch nicht. Ne, ich bin feige. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Für lieber, ich hätte es das hier mal... Oh, geil. Getreide. Das tut mir bestimmt gut. Äh, für was brauche ich's denn eigentlich? Hier ist eine Mühle. Die braucht's eher nicht. Die Brauerei hier braucht's auch nicht mehr. Was haben wir denn sonst hier noch, was Getreide braucht? Gar nix. Sprich, das liegt jetzt hier auch nur dumm rum. Na. Ich könnte die Route ändern nach hier drüben. Nur euch Getreide bringen. Oh. Also, das läuft echt gar nicht, ne? Die Produktion. So, ihr lebt von euren zwei Fischern. Ist okay und bringt die Steine rüber. Weil sich kein Krieger aufhält. Läuft ihr doch einfach mal da rüber. So. Es kommen gefühlt jetzt auch mehr Waffen an. Bist du durch? Ne, du kannst immer noch schön produzieren. Haben wir jetzt dann alles weggeklaut? Und Kohle liegt rum. Okay, da liegt Gold. Kein Plan. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal den Weg hier rüber. Fährst du allein zurück? Ja. Boah. Boah. Dass mir hier auf keinen Fall Getreide ausgeht. dauert immer noch ewig aber der hortet ja sein Getreide auch schon so jetzt ist mal die Brauerei fertig warum hortest du und kannst sie schneller produzieren stopf die Pfingst voll voll machen voll machen was fehlt hier noch Bogenschützen hier stehen noch Bogenschützen oder kommt ihr noch nicht durch hallo ach halt nein da fehlen natürlich ich kann die ja anklicken die im Turm sind warum wollen wir dann nehme ich jetzt hier mal euch hier raus wieder an die Front danke fürs voll machen und so und weiter hier ist ein Bogenschütze der kann dann mal hier hinter ihr seid alle keine ihr könnt dann auch da hochlaufen du schon du schon nee jetzt ist alles voll okay alle 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 in den Kampf jetzt liegen hier sogar Waffen rum kommt ihr jetzt gerade nicht mit dem Rekrutieren nach das ist ja toll dann habe ich ja irgendwas bewirkt endlich aber die Eisenmien haben immer noch keinen Futter aber die Kohle jetzt irgendwie auch nicht komm mach doch so ihr holt jetzt hier hinten Getreide weg das ist toll und wir können bald das nächste Update starten ich mache jetzt aber folgendes ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge haut rein ciao ciao